Hallo, hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingsnight. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video Spaghetti Carbonara mit Pancetta. Bei je nach Vorbereitung gut die Hände waschen. Füllt euren Topf mit heißem Wasser auf. Schmeißt eure Herdplatte an. Dann macht ihr euren Topf auf die Herdplatte. Dann macht ihr eine Prise Salz ins Wasser. Dann brauchen wir unser Bacetta. Schmeißt eure Herdplatte an. Dann braten wir unser Bacetta an ohne Öl. Dann machen wir unsere Spaghetti. Das ist heiße Wasser. Dann nehme ich zwei von meinen Eiern, aber nur das Eigelb brauche ich dazu. Hier das, ich habe mein Ei ein bisschen aufgeschlagen und lasse das Eiweiß rauslaufen. Dann brauchen wir noch Parmesan. Dann vermische ich mein Eigelb mit dem Parmesan. Dann mache ich noch ein bisschen Bauchspeck und vermische das Ganze. Dann rieche ich noch meine frische Petersilie. Dann gebe ich meine Spaghetti in die Pfanne. Dann geben wir unser Parmesan und unser Eigelb hinzu. Dann mache ich mein Kochwasser hinzu und vermische das Ganze. Dann gebe ich noch meine Gewürze hinzu. Petersilie. Da schmeiße ich euch das Rezept auf den Tisch. Frisch und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Donnerstagabeln. Und Happy Birthday, Papa. In meiner Brust schlägt dein Herz immer weiter. Dein kleiner Sohn.